Wir sind auf dem Boden der Tatsachen zurück mit dem Kader, den wir aktuell haben. Und am 19. zum Nachbericht zum 0-4 bei RB Leipzig. Highlights 38. 1-0 durch Schoboschlei, 46. 2-0 Emil Forsberg, nochmal Schoboschlei in der 52. zum 3-0 und 4-0 der Endstand 65. Elfmeter durch André Silva. Und ich nehme es diesmal einfach als 11 von 11. Mache ich einfach, weil in der Startelf war eben nun mal Clemens statt Carasso. Das habe ich aber gesagt, dass ich halt eben einfach zu früh dran bin, um genau zu wissen, was bei Carasso ist. Und falls Carasso eben ausfällt, was er jetzt getan hat, kommt Clemens rein. Deswegen nehme ich es einfach mal als 11 von 11. Ist mir scheißegal. Und ja, also Spielfazit und so wurden ganz simpel die Schranken aufgewiesen, aufgezeigt. Wir sind auf dem Boden der Tatsachen zurück mit dem Kader, den wir aktuell haben. Weil vor Minute 1 an war es wirklich ein Klassenunterschied. Also an dem Tag hatten wir wenig bis gar keine Chance. Man konnte am Anfang noch viel im Kollektiv oder durch Müller im Tor wegverteidigen. Wir hatten auch selber dann in der 33. unsere größte Chance. Massimo Flagge von rechts und auf einmal ist Al-Ghadoui wirklich 5 Meter frei vor der Hütte. Das war wirklich ein Riesending. Steht halt falsch zum Ball, erwischt ihn nicht mit rechts. Sehr, sehr schade. Und dann, ja, nahm das Ding halt eben weiter seinen Lauf, wie es schon genommen hat in der Partie. Traumtor von Schoboschlein nach einem bösen, bösen Fehlpass. Ich glaube, Kempf war es in der 38. sind es 1-0. Ging damit in die Halbzeit. Waren damit auch wirklich recht gut bedient, muss man wirklich sagen. Leipzig war sehr, sehr gallig. Also ich stand uns ständig auf den Füßen. Viele Vorstöße und wir kamen wirklich überhaupt nicht in unser Spiel rein. Hatten auch quasi kein Offensivspiel. Und dann, Alter, also nach einer Halbzeitpause ein ekelhaft gut durchkombiniertes 2-0. Direkt auch wieder am Pfiff. Unfassbar, 16 Sekunden waren es, glaube ich, oder 15 Sekunden. Und dann 6 Minuten später auch 3-0 Schoboschlein. Ja, so ein komischer, tückischer Freistoß. Ein Strich an Freistoß, der in die lange Ecke reingeht. Keiner fälscht ihn mehr ab. Sehr doofes Ding. Und dann, ja, von uns kam einfach nichts mehr. Also wir hatten dann noch die Hoffnung auf Schadensbegrenzung. Dann kam natürlich auch noch VAR dazu. So an dem Abend muss es auch alles haben. Später kommt dann noch was anderes dazu. Im Stream haben wir uns auch schon sehr, sehr deutlich aufgeregt. Ich habe es in einigen Kommentaren gelesen. Es kann bestimmt für eine Regelauslegung okay sein. Aber dann ist die Regel halt Bullshit. Weil tut mir leid, Alter. Ich habe es im Stream auch gezeigt. Kampf, ja, wird aus zwei Metern angestoßen. Kriegt ihn hier irgendwie außen an die Rippe, wie auch immer. Und von da springt er an den, ja, nicht angelegten, aber jetzt auch nicht irgendwie weit weg hängenden Arm irgendwie dran. So einen Elfer muss man dann halt wohl geben wollen. Und hat er dann auch getan. Denn das 4-0 fällt eben. André Silva durch den Elfmeter. Dann kam auch nichts mehr. Das Spiel war abgehakt. Bis eben dann noch zur allerletzten Aktion des Spiels. Milo kam nämlich übrigens auch noch rein. Mit seinem, ja, ordentlichen Bundesliga-Debüt. Und eben Kalajdzic auch. Deswegen sage ich es hier. Weil der eben, wie gesagt, in der letzten Aktion des Spiels bekommt. Er hat den Fuß nah am Kofferduell mit Mokiele. Also den Fuß von Mokiele. Irgendwie random anarm. Also ganz, ganz wildes Ding. Ja, klar ist nun. Schulter war ausgerenkt. Wurde wieder eingerenkt. Jetzt auch. Zum Glück mache ich es quasi erst heute. Ich habe es gestern geskriptet. Jetzt gerade nochmal umgeschrieben. Und nehme es heute auf. Jetzt hier am Sonntag. Ja, ist noch nicht glaubbar, ob jetzt eine OP notwendig wird. Was wir jetzt genau machen. Was aber klar ist, er wird mindestens zwei Monate ausfallen. Das heißt jetzt ohne Front irgendwie an Al-Ghadoui. Der macht seinen Job schon gut in seinen Möglichkeiten. Aber wir haben halt einfach wirklich ein festes Sturmproblem da vorne drin. Deswegen ist auch eine Aussage von Missentat zu den Transfers. Vielleicht gibt der Markt eine Möglichkeit her. die in unser Budget passen würde. Da muss aber alles passen. Mal gucken. Vielleicht irgendeine Laie. Vielleicht irgendein vereinsloser Spieler. Bin sehr gespannt, was da kommt. Aber eigentlich müssen wir glaube ich schon nochmal tätig werden. Auch da gerne mal in die Kommentare gehen. Was ihr dazu sagt. Müssen wir tätig werden. Wen würdet ihr holen. Und generell natürlich alles zum Spielen. Ab in die Kommentare. Fazit ist auch recht klar. Man kann Leipzig verlieren. Das ist gar kein Ding. Die sind wirklich auch von der Kaderbreite her absolut meisterreif. Jetzt mal ohne Witz. Und naja, 4-0 ist halt unnötig hoch. Das ist halt das, was mich wirklich auch persönlich stört. Weil du hast einen 5-1 euphorischen Sieg. Und egalisierst den quasi. Schließt wir auf 0 im Torverhältnis. Ja, keine Ahnung. Aber Kader ist halt immer noch deutlich dezimiert bei uns. Wir sind jetzt am Ende tatsächlich bei 12 von 30 Spielern. Hat jemand auf Twitter geschrieben. Die im Moment verletzt, angeschlagen und nicht spielberechtigt sind. Das ist der helle Wahnsinn. Auch dazu kommt die neue Horror-Aussage zu Sanko nach der OP. Es gab ja auch Einlauftrikots für ihn. Sehr schöne Aktionen vom VfB. Dass er eben, laut Missentat, wohl länger, deutlich länger als 6 bis 8 Monate ausfallen wird. Und das ist eine Aussage nach der OP. Das sieht wirklich nicht gut aus. Deswegen, es wird umso wichtiger, nächste Woche gegen Freiburg zu Hause was mitzunehmen. Können wir auch machen. Und genau das ist eben auch, klar, Dezimeter Kader, deswegen nochmal auch da vorsichtig gucken. Aber das ist eigentlich genau unser Gradmesser so im Bundesliga-Mittelfeld, wo wir ja vielleicht hinwollen und sein wollen in Sachen Klassenerhalt oder eben festigen. Kurz zur Tabelle. Da braucht es ja wirklich noch ein paar Spiele, bis es wirklich aussagekräftig irgendwie ist halbwegs. Und eben Stand von Samstagabend stehen wir auf Platz 9 mit 3 Punkten aus 2 Spielen. Leipzig auf Platz 5. Auch 3 Punkte aus 2 Spielen. Wie gesagt, Aussagekräftigkeit fehlt noch. Für uns nächste Woche Freiburg zu Hause. Dann Länderspielpause. Dann geht es nach Frankfurt. Dann kommt Leverkusen zu Hause. Also ein paar Brocken. Leipzig spielt zuerst gegen Wolfsburg. Dann ist die Pause. Dann kommen die Bayern nach Leipzig. Und dann muss Leipzig nach Köln. Hier gibt es natürlich auch, weil es einfach noch vor Beendigung des Spieltags ist, noch keine Elf des Tages, whatever. Da wäre auch, glaube ich, keiner von uns am Start gewesen. Auch da wieder gerne ab in die Kommentare rein. Wer ist euer Man of the Match? Was sagt ihr zum Spiel? Diesmal die eigentlich typischen drei Votingplätze, die ich normalerweise immer belege. Natürlich auch wieder Voting im Community-Tab. Ihr wisst ja Bescheid. Auf jeden Fall würde ich Müller nennen. Der auch wirklich, ja, ist halt irgendwie auch sinnbildlich, wenn der Torwart beim 4 zu 0 mit der beste Mann ist. Aber wirklich gescheite Leistung geliefert. Dazu Endo, der Mittelfeld, der halt wirklich gefühlt alles irgendwie alleine gemacht hat. Und da auch wieder, ja, runtergeackert hat, wie es halt nur geht. Und auch mit dem durchaus ordentlichen Debüt, wie vorhin auch schon gesagt, rutscht für mich auch noch Enzo Milo, unser Neufzugang mit seinem Bundesliga-Debüt in das Voting mit rein. Und zum Abschluss wie immer noch die Tweets of the Match. Nämlich hier, wenn man als Fan glaubt, sich mal unbeschwert auf eine Saison freuen zu können. Natürlich muss der Fußballgott dann direkt nicht nur eins, sondern immer gleich drei bis vier Schläge ins Gesicht verteilen. Natürlich angesprochen auf die Verletzung von Galeicic, Kurzverstoß, der Spielverlauf und so weiter. Ist wirklich gerade rein vom Kader her und von Verletzungen nicht groß, was bei uns ist. Also schon auffallend, vielen auffallend nervig. Nummer zwei, das ist nämlich auch einfach der sachlich und richtig und wichtige Blick. Drei von 40 Punkten und noch 32 Spieltage. So müssen wir auch drauf gucken. Gegen Fürth vielleicht ein bisschen zu überhypt. Gegen Leipzig vielleicht auch ein bisschen zu überhatet, wie auch immer. Leipzig einfach nicht unsere Kragenweite. Und Fürth, das ist quasi keine Ahnung, Leipzig, doof gesagt, könnte bis auf eins hochgehen. Und Fürth könnte bis auf 18 runtergehen. Das ist halt genau oben und unten gehabt. Mal ein 5-1 und mal ein 0-4. Und wie gesagt, jetzt müssen wir gegen Freiburg eigentlich recht gegen die Mitte gehen. So irgendwo auch gegen 11-12. Da habe ich glaube, Freiburg auch hingetippt in der Tabelle. Uns auch. Deswegen. Und Sven Schiplock rette uns. Das ist die Alternative, wenn wir keinen neuen Transfer tätigen. Sven Schiplock, Alu Kohl, andere aus der U21. Das ist die Alternative an reinen, gelernten Stürmern. Oder eben so ein Neuner-Varianten. Klimovic, Didavi, Koulibaly. Da sind wir sehr gespannt. Und dann war es das von diesem Nachbericht. Trotz dieses, ja, nicht schön wunsiger Wochenendes. Einfach noch dem 4-0, der Verletzung und so weiter. Euch einen schönen Rest Sonntagabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.